Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem Let's Play Together Minecraft mit uns, die Gebärlettsplayer. Let's troll together. Let's troll together und den Sergeant Kohler. Yo. Wir trollen jetzt den Tatsuma mit dem Auflöser, mit dem ich auch noch in Game Mode. Ich guck's wieder raus. Wenn man den Knopf betätigt, dort wird eine TNT-Lawine ausgelöst, die bis genau einen Block hinter dieser Mauer geht. Und danach ist alles weg von dem, alles. So, wir laden den jetzt ein, dass er kommen soll. Und wird er getrollt. Ich hab natürlich eine Kopie gemacht. Ich hab natürlich vorher eine Kopie gemacht, genau, weil sonst wäre er alles so blöd. Und dann wird er schnell. Ach, das wäre dann. Und dann... Oh Gott, das wird jetzt schon scheiße. Okay, los, komm. Das schief geht, Digga. Aber das geht so schief, okay. Kann ich den nur am Ende zu mir teleportieren oder nicht? Ja, erstmal zu mir und dann zu dir. Nee. Zu mir einfach. Ja, okay. Und dann am Ende wieder zu mir oder draußen stehen lassen wegen den Blöcken oder wie? Draußen stehen lassen. Okay, scheiße. Du musst ja auch sagen, dass ich nicht reingehen soll. Ähm. Ähm, ja, ähm. Oder nein, warte, 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 ich hab nur eine bessere Idee. Ich hab nur eine bessere Idee. Ja, okay. Ähm. Lass mal hier... Äh. Warte. Äh. Wir sagen zu Tazume, dass wir alle auf einem Block anfangen wollen. Zusammen. Bitte und uns alle sieben. Nein, wie? Wir fangen auf Tazume mit Wolkenbrücke an. Nein, wir fliegen... Nein, nein, nein. Ist jetzt egal. Wir machen so, wie wir es bebrochen haben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut, bis wir auf dem Server sind. Ja, genau. Wir schneiden das dann zusammen. Aber ich bin schon auf dem Server, Digga. Ja, mit Tazume dann aber. Egal, ja. Wir machen das okay. Also, bis dann. Tschau. Ja, deine Tür funktioniert nicht. Also, der Knopf war. Okay, ähm. Ja, weil du erst für Joint bist. Nicht Server. Schau, bochtest du hast das Spiel verlassen? Können wir mal Hunger Games machen? Jo, aber nicht jetzt. Ich hab nicht verlassen Server, ich bin drauf. Jetzt bist du auch drauf. Ja, so komm mal zu mir. Willst du wissen, dass mein Ding nicht geht? Ja, ich war grad... Gucken, komm mal zu mir, Svitsi. Aha, ich dachte... Wir... 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 Warum leckt das jetzt so? Nein. Wir... 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 Geht jetzt nur die Tür, oder nicht? Willkommen, das geht man nicht. Äh, hier sind wir wieder. DigiB-Letsplayer mit einer weiteren Aufnahmetest quasi, den wir jetzt hier grad machen. Und ich beende jetzt wieder und gucke, ob's funktioniert. So. Habt du von mir eine schmackes Rülpser bekommen? Oh ja. Und's funktioniert. Ja, okay, die Aufnahme funktioniert. Gut, äh, ich würd sagen, ich nehm jetzt auf, so. Ich fang jetzt an. Warte, 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 warte. Bleib hier stehen, bleib hier stehen, wir gucken uns an. Bleib hier stehen, wir gucken uns an. Also, ich guck mal kurz an. Äh, im F9 war das. Ja, so. Drei. Also, warte, bleib hier. Nein, warte, doch, ich hab grad die Testaufnahme. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Ich will erstmal gucken. Nein, bleib hier. Nein. Es ist ja schön. Es funktioniert doch. Eben verspätet. Und jemand könnte den Regen ausmachen. Regnet? Bei mir? Leut, was? Es funktioniert doch. Komm mal kurz raus, komm mal kurz raus. Au. Ihr habt mich also getrollt. Hahaha. Lecker. Herr Läufer ist bei euch. Ja, keine Ahnung. Wir könnten jetzt das alles wieder neu erbauen. Ja, mega true. Es funktioniert, Leute. Ja, jetzt baut es mal wieder neu. Ach Gott, du kleines. Ja, jetzt. Jetzt wird er progressiv. Ich will mich auch wieder zurück. Jürgen. Guck mal kurz. Ach, soll ich dein Baumhaus in die Luft sprengen? Guck mal kurz her. Guck mal kurz her, Tersuma. Nein, komm mal kurz her, Tersuma. Guck mal kurz her. Also. Eigentlich hat jetzt nicht perfekt funktioniert, der Troll. Aber eigentlich sollte es jetzt so aussehen. Komm mal her. Teleportier dich mal her, oder. Oder mach du mal, ich weiß nicht. Warte. Wo bist du? Lol. Wo bist du? Da, guck. So, dass du dir den Kopf betätigt und das... Bleibt doch stehen. So, und dann? Machst du es auf? Zack, zack, zack. Und dann... Oh mein Gott, scheiße! Ja. Äh. Aha. Ja, jetzt baut das alles neu. Ich will meine Sachen wieder haben. Ja. Ruhig, Tersuma, ruhig. Kriegst du alles wieder. Mit der Ruhe. Kannst du auch mal dein Level einsammeln. Ja, das macht die jetzt, aber ich mach da nichts mehr. Ich sag mir, ich glaub, es ist richtig oder falsch. Ja, wir machen. Machen wir alles wieder neu. Ja, wir machen uns das wegsprengen, das interessiert uns. Ja, wir bauen dann alles neu. Ähm, so, okay, ähm, ja, das... Auf dem Block, auf dem Block. Millimeter, genau. Ja, genau, also das war jetzt quasi so ein bisschen der Troll. Hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Das weiß ich nicht, wie ich Tersuma, wie es dir jetzt geht. Hat jetzt ein bisschen Langeweile. Ähm. Willst du noch irgendwas sagen? Ich hab das alles aufgenommen, das könnte ich dir nur irgendwann hochladen. Ja, wir auch. Willst du noch irgendwas an der Verteidigung sagen oder irgendwas? Keine Ahnung, irgendwas... Ähm, nein, nur, dass ihr Arschlöcher seid. Okay, ähm, ja, dann, äh, Leute, bis zum nächsten Mal und haut's rein. zu